Wieso hat er sie nicht gesehen? Wir waren voll laut! Ich hab gewusst, dass er ein Gemüse macht. Ich hab' ein Gemüse macht. Ja und wer das auch verklärt. Information für dich. Digga, wie bist du da dran? Ist der BP Akkord? Was? Neu? Doch nicht lieber. Ich hör' auch irgendeine Kette. Ah komm, wir hatten ein Loch. Ja, wir sind in der Prairie-Seine auf Hotel 7. Aber ne, ich hab doch... Moment, ich hab' den Team bekommen. Was ist denn? Also in meiner Position Nord-Ost so 200-300 Meter bestimmt. Ja doch, ganz einfach. Weil jetzt höre ich ihn nicht mehr. Digga, der heckt doch. Ja, check. Advanced Gotten, du musst in der Luft nochmal Leertasten drücken. Ja, ich hol' sie ein. Aber die wägen sich immer noch. Ein bisschen Nord-Nordwestlich bestimmt. Okay, ihr Dampferd. Scheiße. Ja, check. Tschö. Stab-Apps. Steps-Apps. Steps-Apps-Apps. Äh... Auto-Richt. Auto! Fuck! Noch 20... Mit 15 nicht hoch? Ooooooo Oh my god My name is Giovanni Giorgio but everybody calls me Giorgio BEEP BEEP